Ihr glaubt es nicht, was mir gerade wieder jemand an die Pinnwand gepostet hat. Hi Kate, wie bekommt man dich als Mann am besten rum? Hallo? Was ist das für eine Frage? Da ist man als Frau mit seinen Freundinnen unterwegs, denkt an nichts Böses, möchte einfach ein bisschen coole Zeit miteinander verbringen. Und dann kommt da so ein blöder Typ mit einem richtig miesen Anmachspruch. Hey Baby, ich denke, ich könnte dich sehr, sehr glücklich machen. Und ich so, wieso? Gehst du schon? Mädels, wenn euch irgend so ein Typ mit so richtig blöden Anmachsprüchen nervt, dann zeige ich euch jetzt, wie ihr die locker entschärfen könnt. Hey Süße, ist dieser Platz noch frei? Ja, und meiner auch gleich, wenn du dich hinsetzt. Wow, dein Körper ist wie ein Tempel. Tja, blöd. Heute ist nämlich keine Messe. Was würdest du sagen, wenn ich dich bitte, meine Frau zu werden? Gar nichts? Ich kann leider nicht gleichzeitig reden und lachen. Baby, kann ich dir einen ausgeben? Nein, danke. Ich nehme lieber das Geld. Wo warst du mein ganzes Leben lang? Auf der Suche nach einem Versteck vor dir? Tja, liebe Männer, sorry, aber mit solchen Sprüchen habt ihr leider überhaupt keine Chance. Nett, sympathisch und ganz normal sein, dann funktioniert das schon. Und liebe Mädels, wenn ihr keinen Bock habt auf den Typen, sagt es ihm erstmal durch die Blume. Durch die Blumen. Ihr versteht? Ne? Ihr habt gesagt, der Gag ist gut. Und wenn er es dann immer noch nicht rascht, dann geht ihr einfach auf Tauchstation. Wenn es euch gefallen hat und ihr noch mehr von Kates Kamera sehen wollt, dann drückt einfach auf diesen riesigen fetten Abonnieren-Button unter mir. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann gebt mir einfach einen Daumen. Und ihr könnt euch auch einfach mal meine letzte Folge Kates Kamera angucken. Da habt ihr mir nämlich Tipps gegeben gegen Lampenfieber. Und ich habe versucht, die möglichst gut umzusetzen. Also einfach mal angucken, Daumen, abonnieren. Am besten alles auf einmal. Das kriegt ihr hin, da bin ich mir sicher. Schnell noch Zeit überbrücken. Damit ihr genug Zeit habt, um zu klicken. Darf ich jetzt aufhören? Kann mir jemand sagen, ob ich jetzt aufhören kann? Ich komme mir langsam blöd vor. Muss ich das jetzt noch länger machen? Hallo? Wo seid ihr denn alle? Hallo? Ja, toll.